Ist jeder mal gefahren so. Ist jeder mal gefahren, genau. Wird jeder mal ran genommen. So, was können wir hier noch geben? Das Gute ist, man sieht die Thrillerbytes, wenn sie tot sind. Ja, das ist wirklich gut. So. Was können wir davon noch einkommen? Ja, ich bin eigentlich schon ruhig geblieben. Nur ab und zu hab mich dann doch irgendwas genervt hier. Du bist dann erster. Dann kommt dieser scheiß blaue Typ. Diese scheiß blaue Panzer. Megalodon. So. Das letzte hole ich jetzt auch. Stark sind die Haare eigentliche. Jetzt bin ich da schon mal hier. Was hab ich mit dem? Jetzt schon? Zwölf. Ich hab doch mal andern schon mehr. Das mit dem Hai hier ist immer komisch. 2,77. Oh, macht schon viel Schaden, so ein Hai. Krieg ich auch. Er kriegt nicht Haid von dem hier. Nee. Er hat keine Haut. Und ich wirk nur so eine scheiß Fischschuppe. Was schwimmt denn da rum hier? So. Hier am Rand. Auch ein Hai. Der hat über 60. Achso. Wieso sind eigentlich die blöde pinken, die blöden Flippers hier. Noch ein Hai. Boah, es ist schon viele Hai. Ja. Es geht ab hier. Ich hoffe, unsere ist auch noch da. Ich weiß gar nicht mehr, wo ich bin für Leute Haien hier. Okay. Sie kommen immer und sagen Hai. Und dann weiß ich nicht mehr, was passiert. Dann bin ich durcheinander. Ich sag dir noch mal Hallo. Hallo. Okay, der ist weggeschwommen, glaube ich. So. Okay, der ist weggeschwommen, glaube ich. Das kann ja auch mal sein. Bestimmt. Falls es die Insel ist, die richtige. Hier ist es. Da. So. Das stimmt schon schnell. Ich geh jetzt mal wieder hin. Nein, hab ich nicht. Gut, dass ich nachgeguckt habe. Gut, dass du extra deswegen bist. Ja, vor allem gut, dass ich nachgeguckt habe. Nimm mal aus... Nimm mal ein paar Pfeile mit. Wir haben da irgendwann noch Pfeile liegen. So normale. Ja. Nimm mal ein paar mit, was wir uns hier wehren können. Normale Pfeile. Ich hab die von... 36, 37... Genau, die hat er da reingetan. Mhm. Gut, gegen den Schildgut habe ich keinen Bock. Das ist auch nicht zu lang. Wahnsinn. Jetzt hab ich ja nicht Pech. Ich hab doch Treffen hier. Guck mal, noch mal welche. Ja. Ich muss... Wir müssen unbedingt Narcotics herstellen und sonst scheiß. Naja, ich hab... Ich hab hier noch 273. Naja, du hast... Ja, gut, aber... Jetzt hab ich immer... Jetzt hab ich die Kippe jetzt mit. Ja, hab ich... Da schaffe ich auch mit. Schon verplant, der andere. Ich weiß gar nicht, ob ich auf der richtigen Insel bin. Warte mal, wo ist denn die große Insel? Wo bin ich? Wer bin ich? Warum bin ich hier? Tausend kleine Inseln hier. Drei Schildkröten. Meinst du, ich schaff die? Ja. Was ist das? Vier Stökel? Genau. Ich drück einfach mal hier. Das ist schon schlimm mit dir. Welche Leben die haben, hey. Ja, die sind. Wahnsinn. Aber gibt Keratin. Brauche ich eh. Ja, ja. Klar, Keratin. Gut mit dem High. Sechs Stück. Nehme ich gleich mal raus. Jetzt vergess ich das hier. Das Ganze. Hide. Noch ein bisschen Damage. Okay, 300% musst du erreichen erstmal. Chitin, Perlen. Alles, was ich gebraucht habe, nehme ich raus. Jetzt vergess ich das wirklich. Ach, da habe ich auch ein paar Pfeile bekommen. 17 und zwei Trank Pfeile. Perfekt. Komm bis hier auf der Insel. Ja, du kriegst halt sehr viel Fleisch, ne. Und vor allen Dingen schnell. Ja. Wenn du in das große Wasser fährst, fliegst, fährst, schwimmst, dann hast du halt schnell mal. Ja. Ja, nur High mit High killen ist etwas doof. Sie sehen sich immer so im Kreis. Nein, nein. Du musst den einfach frontal drauf zuschwimmen. Also dann muss ich dann wieder umdrehen. Mit Shift und dann umdrehen. Ja, völlig schlimm. Einfach frontal drauf zu und dann nichts mehr machen, nichts bewegen. Einfach nur beißen. Das ist eigentlich richtig super. Wo ist denn eigentlich jetzt unser High hier? Ja. Ja. Schon weiter in die Richtung. Ja gut, das ist nicht zu vergleichen hier, Adi. Das ist ein ganz anderer Server, ganz andere Werte. Das... Du kannst bei dir, also beim Shigorm Server, kannst du noch 2000 Damage hochpushen. Also du hast ja auch Max Level 240, hier haben wir noch 120. Also das ist ein komplett anderes Verhältnis. Ja, keine Ahnung. Du wirst ihn schon finden. Ich mach ein paar Kräuterweiß fliegt eh her. Dann komm ich zu dir. Mhm. Ich könnte ja auch aus dem Wasser raus kurz schauen, wo das Vögel schon ist, aber egal. Na? Ich würde gern tiefer gehen. Hier. Achso, du bist... Ah. Ich hätte das eine Suppe mitnehmen können. Voll vergessen. Ja. Ich bin jetzt nämlich gleich da. Ja. Wir hätten ja ein bisschen tiefer schwimmen können. Aber ich weiß nicht, ob der Heim auch torpediert ist, ne? Natürlich. Der hält doch über eine Stunde. Er ist torpediert. Ja. Gut. Die halten ewig. Auf dem Wald. Wir waren ja vorhin auch lange weg. Ja. Ja. Das will ich ja. Mit meiner Luft geht das halt nicht. ist. Mach mal. Mach mal eh. Wenn ich jetzt dann ein andermal. oder später. Oder später. Tja. Aber ich hab mich ja hier schon verschwommen. Ja. War das nicht die Insel? Doch. Das war die Insel. Oder war das die nächste? Schaut auf wo mein völkische ist. Ja. Da ist ja auch kein völkische auf der. Ja. Es war schon die. Da steht dann nämlich. Geier. Dann schwimme ich zu dir. Mit dem blauen. Mit dem blauen Ding. Oder was? Ähm. Grün. Mit dem grünen. Da bist du ja genau. Passt. Ja. Mit 75 kommt die. Ist ja nicht mehr ganz so lang. Es dauert dann aber das Level. Trotzdem. Hab ja gestern so viel hergestellt. Bei 100 Wände. Und zielig sind alles. Aber. Hat nicht kaum was gebracht mit dem Level. Achja. Er ist ja noch ein paar Minuten tropadiert. Ja noch lang bestimmt. Macht der Itchy hier. Ist ja fast tot. Helf ich mal. Wie viel Itchy sind denn hier? Level 8 ist auch noch dabei. Level 8, Ty ist auch noch dabei. Ok. Wie viel Itchy sind denn hier? Ah. Wie viel Itchy sind denn hier? Entschuldigung, bist du gegen ins Muten? Entschuldigung, ich habe ins Ding gehustet. Es war jetzt nochmal gescheit gehustet, aber geht halt nicht, ich drücke immer, es geht nicht, kein Plan. So, bist du denn da? Ja, ja, ich bin da. Was klickst du denn da so oft? So, ja. Du musst ja nicht mehr mit, das passt doch. Ich fand es fast, ich finde es nur lustig. Musst du torpedieren oder wie? Neu. Nein. Ach so, du frisst da rum. Ja, ja. Also sechs braucht er? Sechs braucht er, die liegen drinnen. Und wie lang? Noch zwei Minuten 17. Ja, auf jeden Fall Report. Ich versuche, dass es nicht mehr vorkommt. Und wenn doch, seid glücklich. Oder wäre er glücklich damit. Ach, ein Level 4 Tilo Byte. Er hat gewusst, wie kann er nur. Ja, ja. Das geht nicht. Ich versuche nicht menschlich zu sein hier. Zwei Öl. Gänzt ein bisschen vor dem Wasserfall vor einer Höhle ist ein Geschenk für dich. Das alte hast du nicht mehr gesehen. Ah, da gab es noch ein Geschenk. Also im Wasserfall bei unserer Höhle, da wo unsere Ceilings sind. Vielen Dank. Ich bin gespannt, was der Schweine rein sie da getan hat. Das ist bestimmt ein Zettel. Und da steht dran drauf, wer das liest, ist doof. Genau, hier. Verpisst dich aus meiner Gegend. Der ist aber auch nicht schlecht, wie er ausschaut hier so. Ich sehe das halt nicht. Mega Lodon. Achso, du bist es hier. Gott. Schon schreckt wegen. Ja, kommst du blöder Hai hier. Mhm. Wenn du mich beißt, macht Aoe auf den anderen. Kannst du den nur so lassen, so kaputt? Ja, ich kann ja auch die ganze Zeit so machen. Das mache ich ja schon. Ich habe doch mein Autotool hier. Ja, du hast dein Autotool. Ja, dann lade das doch auch runter. Habe ich, funktioniert bei mir nicht. Du weißt nur nicht, wie es geht. Das ist korrekt. Nur. Aber dahin geht es auch nicht besser. Hast du Windows 10? Ne, Windows 8. Ja gut, ich weiß nur, dass es bei Windows 10 nicht gehen muss. Ja. So. Das ist irgendwann jetzt wieder falsch. Ne, das ist da durcheinander. Das Ding. Das muss wieder ändern hier. So. Ich fütter den Hai jetzt. Eins, zwei. Kann ich schon unterdauern, dass diese Teile sind hier. Boah, da ist er. Oh nein. Oh nein. Was denn? Jetzt habe ich das wie Keksi. Oh nein, im Unterwasser. Cast Manager, Spiel beenden. Kannst du mich da rausziehen? Ach Gott, du droppst ja so ein Ende hier. Ne, du bist ja gar nicht ausgelockt. Wieso lockst du aus? Du hättest nur ein paar Sekunden... Ne, ne. ... Freeze gehabt. Ich habe 8 MB Dings gehabt. Ne, du bist tot. Ja, gut. Egal. Ich habe mal andere Sachen genommen. Ja. Na warte, ich baue ein Bett hier. Dann kannst du hier spawnen. Fand ich Matz kriege. Das ist meine Foundation, eine kleine. Was haben wir da? Thatchwood. Kriege ich hin. Okay, super. Oh, da ist ja was. Ja, muss man. Genau. Mausautofahrer. Ja, muss man ja lernen damit umzugehen. Nicht so einfach hier. Ja, Mausautofahrer, ja. Aber es funktioniert ja bei mir nicht. Oder ich habe es halt noch nicht eingestellt gekriegt. Naja. Jetzt halt kommt Rat. Wichtiger ist, dass ich jetzt diesen Server wieder finde. Naja. Stimmt, oder was ist das böse? Selbst unternehmt mit der Tauchwassrüstung der Wasser aus. Lockst du auch? Naja. Irgendwann, oder? Nö. 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 Sofort. Bin ich durch die Stormer von Handel schon vor. Deswegen. Wir hatten noch damals das Server Crash. So. In der Zeit. Mal wieder. Voll genervt. Okay. Müssen wir echt aufpassen mit der Map hier. Wir machen die große Unterwasser Action erst, wenn die Updates da waren. Ja. So ein bisschen hier am Rand geht es ja. Wenn wir zu zweit sind. Aber sonst? Hast du gefunden Server? Nö, noch nicht. Ich muss halt immer wieder refreshen und dann such der erstmal und dann wieder refreshen. Bei mir ist es nur, wenn ich arg zu schnell starte und sofort auf Join gehe. Dann ist es bei mir auch so. Dann muss ich warten. Ähm. Bist du nicht in der Schule? Ich auch nicht. Was hast du denn angestellt? Ja, Schule ist aus, oder? Na gut. Halb drei. Wer weiß. Wer weiß. Wer weiß. So. Muss mal schauen wegen. Kurze viele Sachen hier. Dann gute Besserung, Wolf. Als Medizin kann ich dir diesen Stream hier anbieten. Falls du möchtest. Hat der Knicks mehr drin? Hä? Ist der Knicks mehr drin? Habe ich den leer geräumt? Der Neue, der war, ist halt sowieso schon der. Der, und ob das der Neue gewesen ist. Ach, da bin ich ja wieder. Guck mal, wie hat es denn gar nichts gewesen wäre? Ach so, hast du schon geöffnet den Kibbel? Ja, der ist ja fertig. Ach so, das wusste ich nicht. Boah, cool. Deswegen ist er so hoch. Genau. Und da ist ja dieses Bild, wie bei Keksi, dieses Fenster aufgegangen und dann war es vorbei. Okay. Tag? Und dann ist er halt auf sieben hochgeschöpft. Guten Tag. Warte, ich tu die Sachen hier. Bin ich gespawnt. Wo ist denn denn Mary hier? Ja, da. Genau. So. Gut, Fleisch ist egal. Das ist auch. Gut, das habe ich ja gar nicht von dir. Das, 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 das. Äh, ja gut, Fleisch ist egal. Ich nehme mir auch 20 für eine. Mhm. Jo. Wasser, Fleisch. Fleisch könntest du mir nochmal geben, die Hälfte da oder so. Du bist jetzt. Ach, weißt. Nicht jetzt. Später vielleicht. Hm. Hast du Pfeile genommen? Ja. 20 habe ich mir genommen. Ach so. Hättest du noch mehr nehmen können. Ja. Du hast du 40 gehabt. Ach so, die da. Kurt. Ja, ja. Ach die, ich habe die Crank gemeint. Mhm. 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 Ja, die Trank auch, aber. So. Ähm. Ja. Mime Fan. Grüß dich. Schön, dass du da bist. Willkommen. Machen wir den mal. Ähm. Das hier raus, das hier raus, das hier raus, das hier raus, das da raus. Essen. Ja gut. Das raus, das raus. Das raus und Drop all Items. Ja, aber so die Zähne, okay. Ja gut. Ja gut. So, wir sind dann gar nicht drauf. Hast du. Ähm. Oh Gott, der ist ja auch noch hier. Das Fleisch können wir schon mitnehmen. Ja, die brauchen noch was zu essen, oder? Ja, eins der K7 drin. Ja, eins der K7 drin. Okay. Ja, ja gut. Hier hinten, der braucht auch noch was, der Große. Glaub ich, glaub ich schon was rein. Da sind was drin, ja. Ich guck mal, ich bring die nachher in die Bucht oder so. Das Bädchen wird sich stehen lassen erstmal, ja, ne? Meinst du, ne, oder? Ja, dann. Ist eh egal. Lass, lass, lass stehen. Wir sind alleine noch. Genau, wir sind alleine. Komm, hol schnell Luft, muss die Perlen noch holen. Abhandeln. So, das ist der Center-Server. So, wie die Map heißt. Okay, das es für Geschäfte. noch einmal leben sondern auch freien und fleisch perlenöl haben wir alles mit drei vier eigentlich vier vier so wir haben du bist mit einem weg geschwommen ja wir haben zweier ist ein stimmt ja ja wenn ich jetzt da haben wir ein ein ding braucht man noch ein sattel ja bringen wir beim nächsten mal mit so was war jetzt noch uns mit dem krisen haben wir wir haben hier halt immer noch nicht angehalten aber nicht für metall und drei milliarden metall fahren wir haben zwar kräfte und kräfte sache und dann suchen wir noch da braucht man aber viele perlen verkehrs glaube ich oder war es nur 25 und bei der plattform bei der plattform waren es glaube ich viele ich glaube das andere war nur 80 oder so ich habe 16 und war da gibt es bestimmt noch ein paar ich habe auch noch 16 ja guck mal haben wir schon mal 32 ich habe vorhin viele elektronische hergestellt ja theoretisch ja wolf weißt du denn auch wie das funktioniert wenn du drauf möchtest so dann nach hause oder wie ab in den westen einschreien und bestechen zum beispiel du sammelst du hier punkte und die punkte kannst du investieren um auf den server zu kommen da musst du ein bisschen lesen informationen die einholen steht hier wie viel es kostet wie es funktioniert und so weiter ist am einfachsten so ich schaue mir noch ein bisschen kurz an was es gibt das ist aber schöne gegend hier wo wir haben bei level 16 ja besser als keiner ach so du bist dann noch tot im wasser deswegen weiß ich nicht ach gott deswegen habe ich war noch nicht gewusst was du machst wo du bist hier bist du noch im wasser hier ach so da jetzt bist du unterwegs ja 31 normale 10 kanue eier so gut sollte man hinkriegen dann nehme ich den mal mit 10 kanue eier kriegen wir hin oder ja schon die könnten wir dann haben und auf fünf das kriegen wir hin quesit ein quesit ein wenn jetzt zwei weibschilden dann muss doch mal einer was von machen wir stellen die am besten dahin wo die ovis stehen wo der eine steht muss dann nehme ich den mit und schmeißen in das glashaus ja da kann der drecksack schon mal nicht mehr abhauen das glashaus wenn ich mich nicht total verfliegen würde ich trocklen stimmt bei dem anderen kann er abhauen gell haben sind beide theming boxen das ding so eine tür ach so ja die haben alle türen naja ich tue den in das glashaus setzen passt schon ich verstehe nicht warum du den link von dem server und raffle kram zweimal in den chat postest wolf verstehe ich nicht ja 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 dann stylos genau du sagst es also nix für stan nix für stan nix für stan ich fliege mal kurz auf die auf die eine der kleinen todesinseln hier schon was da passiert so nase wieder sauber was ist denn hier los nase so wirst du runterfallen abgeschoben hast du eh gedrückt habe ich eh gedrückt ne so was macht man am anfang wenn man arg spielt auszusehen muss ich heute den oviraptor nochmal suchen da ist ja hingelaufen da ist ja hingelaufen der drecksack hab ich den verloren nö da ist er rumgelaufen hab ich gerade gesehen in der kamera oder tja wie gewonnen so zerwonnen würde ich sagen ach ne da hinten läuft er auch der ist aber schnell der kleine drecksack der ist ja fast schon wieder zu hause wurde mir erst hergeholt das oder komm mal her hau doch nicht ab ganz ruhig ja du hast das gut bei uns ja zumal der drecksack zack da ist er wieder und sogar ein weiblicher uhr gehabt du ist erinnert so scheiße ok das heißt hast du es gemessen irgendwie ich weiß nicht ähm Betzor nicht dass ich wüsste ach hier ist der level 8 direkt hier was ein zufall nicht dass ich wüsste nimm die skorpione einfach auf und tue sie halt töten so level 2 halt schon gut schon hast du noch recht das auch die ganze zeit hm ich hab da bei den queser gesehen noch alles andere vergessen aber mit 2k müsste es ja gehen solange du keine kompletten DCs hast 2k ist jetzt nicht wirklich langsam habe ich hier das eingepackt ja habe ich eingepackt cool dann kann ich ja da hinfliegen also hier ist echt viel los hier müssen wir hinziehen ja ok ist da und action hier vor der tür ja ja oder ich ja ich schmeiße ne ja ja doch schmeiße ich den da unten beim grinder rein da kann der auch rausheben wahrscheinlich ne ich schmeiße ihn ins glas raus da ich das das Okay. Und jetzt treffe. Yay krass 100k dann. Oh ne ich hab hier Freeze. Oh. Inmitten von 1000 Vögeln. Schaut aus mit Raumverbrauch. Aber ja. Jetzt haben wir echt alle Probleme mit der Map. 10. Oh 10,375. Das ist schon krass. 10,375. Ah jetzt gehts weiter. Muss aber wieder bald beenden. Zum Glück. Es ist nur noch 7. Schon? 7,6. 6,9 ist weg gesunken. Er leert irgendwie den RAM. Dann. Ja. Gehen wir zu dem Moviraptor hier hinten mit dem Cressel. So. Und andere Cressel auch. Da muss ich ja den Sattel mitnehmen. Das wird raus. 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 Zum Glück bin ich jetzt hier nicht eben hängen geblieben oder so. Und rausgeblieben. Yay. Kahn in Level 4. Muss mehr Punkte geben. Ist eigentlich gefährliches Tier. Hier gefährlicher, desto mehr Punkte gibt es hier. 08 schaffe ich auch noch. Was hier alles ist, hey. Schon umgestellt. Du kannst nicht einfach da hingehen und einfach alles töten, sondern musst aufpassen. Das ist nicht viel besser. Ja. Klar. Ich wollte eigentlich noch auf die Eissensel kurz schauen. Also zumindest auf dem Eisberg wegen Wolf. Mhm. Aber. Das hat ich freeze. Schauen wir mal. Die Oviraptor. Vielleicht kriegen wir ja einen Cressel Egg. Sind ich verliebt die zwei Cressels? Ja. Hast du es geschafft, ein Sattel herzustellen? Nein. Ich habe keinen Cressel Sattel herzustellen. Ich habe den von den anderen genommen. Einfach. Mhm. Einfach so ganz frech. Aber Jan ist frech. Ich bin Rites. Mhm. So. Was wollte ich jetzt machen? Was habe ich denn hier? Ich muss hier unbedingt aufholen. So. 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 passen zum trinken habe ich eine flasche zweimal nuckeln vielleicht noch ein bisschen metall von oben holen und er will acht kamen ganz viele süße der will achte die kirche bestimmt gut zum level vielleicht brauchen wir aber mit dem ding gab schon viel fleisch ein wahnsinn was da etwas geht denn ab hier zu dem akib die ganzen nameplates hier sind heftig warum kann ich das ja nicht herstellen sonst herstellen mal dass das das genetik paste du brauchst fleisch ja ist schon fleisch passte oder die mit mit dem bernpaste gibt zwei verschiedene die blauen blau ist mit bären und grünes es ist mit fleisch dieses blau und rot oder schwarz und gut die bärenpaste kann ich aber auch nicht herstellen ja was fehlt denn nix war das alles grün ich kann es noch nicht herstellen ich gehe jetzt weg hier kann man hier auf diesen dingen hier werde ich dann kommen und schauen ja 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 leckt mich ihr blöden vögel da lasst mich hier rüber schnell gegen heilen und ein kleines noch hier kommen ich es den ich möchte das fleisch haben so dann lass mir nur fast weg bin ich aber hier auf der kleinen sind keine wölfe und auf der großen vielleicht gegen das ja ich finde die super sind und der als städte gleich ist es auch nix gewesen level 16 gut ist nicht so tolle 28 sich vielleicht ob diese nicht im land sie sind etwas höher die wölfe hier hier schon mal einer level 108 machst du den passen wolf ja klar 108 und das hier ist doch ein hoher oder was 56 56 für dich ich habe mir gedacht hat sich ja gelohnt herz zu kommen ich wollte ja von ich wollte ja von anfang an diese insel kommen sollte nie einmal schlagen kommen ich wollte ja von anfang her kommen und wollte mir auf die schneeinseln zum glück ist mir das eingefallen dass es hier auch welche gibt ich glaube ich muss den aber noch mal ablassen wegen stamina nur dachte es gut ganz alleine ist mir eingefallen ist ja auch wölfe gibt so schön wenn mein gehirn nicht mehr funktioniert für ein paar millisekunden ja 1600 leben hat er ist auch nicht jetzt wenig da geht es auch nicht raus kollege nix ist da durch die wand laufen sondern eingesperrte namen klar der läuft vor dem panik ist ja ja wir ein quesley wer ist oder wie ein kreis oder zehn kann er was wir zuerst kriegen oder wie viele normale eier 20 31 doch so scheiße ja deswegen warten halt lieber ich bin ja da kann ich bin ja auch ein trottelino ich fliege richtung osten ich müsste nach wegen scheiß haider und ich da und osten müssen nach westen sein unser zuhause trottelino hier schön 108 sind einmal ganz so verkehrt von anfang nein bestimmt werden die auch so schwach sein wir sind extrem enttäuscht was da los können wir wieder gar nichts herstellen bist du überhaupt an ja ok wenn der chef kommt nach hause dann läuft alles jetzt ist er an der die ganze sache sind kaputt gegangen naja die gehen schon schneller kaputt einfachste lösung einfach nicht benny klicken lassen genau ich hätte locker nach hause geschaffen ist damit aber jetzt muss ich doch zwischen landen lassen wir mal hier hier ist glaube ich niemand so dass wir noch der insel kommen ja ein paar schön glück nicht für das schon packen wieder muss nur ich mal kurz weg dass er mich nicht mich wieder verfolgt aber wenn wir hinterher kommen ist auch ok ja genau spiele ich mit dem dodos dann kommen wieder zu mir ja macht er ja wunderbar du bist so hat er gepasst mit dem dodos rumgespielt dann kommen wir wieder zurück das kann man auch weg machen der wolf hat aber echt typisch gepasst hier zum zum asche gebiet oder passt immer noch braun grau so das muss ich mal nach hause kommen die j-taste drückt habe ich mir gerade überlegt ich glaube nicht so wie du vorher ich darf doch auch mal darfst du aber ich habe es ja sofort gemerkt und habe sofort wieder weg gemacht mache ich ja auch wenn ich mir gerne mit pech den sie schon mal umgucken ich musste doch weg jedoch nicht so was ich wollte gerufen was doch nicht scheiße habe ich jetzt kennst du das wenn du sachen mitnehmen willst und legst sie aber nicht in dein inventar sondern das eventar von dem tier ja dann nachher äh was wo sitzt hier hin ja immerhin weißt du noch welches hier das war ja so ich komme äh ich meine ich bin auf dem weg mhm bin gleich da in unserem ersten wolf hier auf dem server wieder ein kano hier vor unser haustür doch was ist das für ein mod mit lebensbalken nennt sich helfbars enttorpobars die mod habe ich glaube ich noch hier sogar drin da bitteschön da müsste sie sein die kann man auch ausschalten einschalten und größer und kleiner machen steht aber alles in der mod beschrieben und hallo dennis 29 arg schön dass du da bist kann man doch wegschmeißen scheiß mal drauf ich könnte ja hier das rausnehmen alles einlochen probieren natürlich ist er raus vorsicht der wolf läuft hier frei herum nein schnauze einmal hier was ist denn jetzt wieso kommt der vogel alter bleib da kannst du den einen vogel zu dir zu dir ja pfeifen der greift den wolf an weil er mich angriffen hat ich will jetzt nicht alles aoe passiv machen und ist bei mir gut jetzt ist es drin es bleibt auch drin wunderbar mhm gut Singleplayer kann ich nicht sagen habe ich nicht gespielt direkt am server gepackt und getestet und dann an erster stelle auch vielleicht für für Singleplayer schauen dass die mod ganz oben steht als erstes oder probiere erstmal nur dir alleine vielleicht als als tipp guckst du mal das 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 was ich kann alles hier herstellen jetzt ist wo er an ist das ist kein problem ja ja jetzt wo er an ist genau so ist das problem erkannt schon am durchdrehen der ove hier drinnen kann ich verstehen der möchte einfach weg von dir der möchte nicht in der nähe sein egal was passiert ich merke das schon zwei drei vier du 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 mein 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 fläschchen auffüllen das ist ja auch aus das ding genau perfektes timing habe es angemacht es hat angefangen zu regeln mit dem wasserhahn ja ja ich habe das ich habe getanzt hier hier legen tanzen so ok also direwolf ein pfeil das ist sogar ein spinnenes da unten habe ich nie gesehen ein spinnennest spinnennetz unter dem wolf das er langsamer läuft das schlichtigen pfeil hergestellt oder ja natürlich ich möchte eigentlich gar nicht die verschießen um die normalen die normalen wo es eigentlich egal ist weil wir müssen wir brauchen eh die einen für die anderen herzustellen von daher ist eh wurscht also du brauchst dir eben die narkotik um die andere herzustellen die tranks und dann kannst du gleich mehr tranks nehmen und bind so ok zwei haben gereicht ich habe halt echt noch geschüttelt und gerüttelt hier 201 prozent ko mhm klappt so was für 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 was ist das für ein level 108 und wolf schau ich grad 4 kibble 9 prime meat 16 minuten 5 minuten länger lass mal die kibble oder nicht nicht ach so jetzt verballern wir wieder eier 9 prime irgendwann brauchen wir die eier wieder und dann müssen wir wieder warten und sammeln wir sie nicht so 16 minuten habe ich gestartet 16 51 wirst du hier du wirst du